Hey Freunde, damit kommen wir zur Grill General Woche 9 Herausforderung, Phase 2 von 3. Jage einen Wildschwein. Zum Wildschwein jagen gehen wir natürlich hier zu Colossal Crops. Denn dort haben wir das Wildschweingehege, wo immer drei Wildschweine rumlaufen. Wie ihr seht, haben wir hier das Wildschweingehege, landen einfach rechts daneben. Um eine Waffe zu looten, gehen wir hier einfach rein. Gucken hier kurz, hier ist nichts. Und hier haben wir eine Schroppflinte. So, jetzt gehen wir einfach zurück. Zum Wildschweingehege, da vorne steht schon einer rum. So, zerlegen das Wildschwein kurz und damit wäre die Aufgabe auch abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.